Da ist ein Luke. Fragen, was sie meint. Was für Kämpfe werden hier abgehalten? Hm. Die Arena der Freudenfeste. Wir haben erfahren, dass es eine Art Kampfarena unter der Freudenfeste gibt. Da blinkelt was? Siehst du am Miro? Ja. Hör auf, Elf! Sagen, dass dieser Elf schwer verletzt zu sein scheint und fragen, warum er hier eingesperrt ist. Dieser Klown? Sie haben ihn verletzt, ihn aus meiner Küche. Ähm. Ich sage noch nicht, wo er meine Zutaten verletzt hat. Es klingt wie jemand, den du mit einem Schlag auf der Brust verletzt würdest. Ja, die Vorräte wird er in die Höhle zu den anderen Elfen gebracht haben. Fragen, wieso er weiß, dass er der Schuldige ist. Er hat ihn rödelhandelt versucht, mit einem zweiten Krat, nachdem er die erste. Er ging wie ein Rentnerl, als wir ihn nahmen. Easy. In Fragen, was gestohlen wurde. Zutaten. Ähm. Kratzer-Food. Citrus in particular. Er wird sprechen, oder wird sterben. Einen Vorschlag machen, du bringst ihm seine gestohlenen Sachen wieder und Griff befreit Amiro. Dich fragen, ob er wirklich jemanden wegen Obst umbringen würde. Griff sagen, dass er kein Recht hat, einen Mann hier unter so solchen schlechten Bedingungen einzusperren. Wir nehmen das zweite. Hm. Ich tue jetzt erstmal fortgehen. Griff hat erwähnt, dass seine Waren in einer markierten Kiste gelagert werden, die Citrusfrüchte enthält. Das sollte die Suche etwas erleichtern. In einer markierten Kiste. Was meint er mit markierten Kisten? Auf der Karte jetzt markiert, oder was? Oh, hier steht dir das Träum aus. Hm. Die haben alle so witzige Namen. Was willst du, Freak? Spinner! Alter, der nennt uns Spinner aus Begrüßung. Was ist denn das für ein Typ schon wieder? Sagen, dass du durch einen Weg aus der Freudenfeste suchst. Sagen, dass du dich nur umsiehst. Ich schaue mich dann um. Ich habe meine gute Augen auf dich, Bub. Mach es schnell. Fragen, ob er weiß, wie die Magister die Leute von der Quelle befreien wollen. Wenn ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, ob es das gemacht wird. Wenn ich die Schmerzen aus dir nehme, was ist das? Er weiß es nicht. Ob er jemals gehört hat, dass jemand von hier geflohen ist? Pelham, I made it as far as the hollow marshes even. They dragged his corpse back the next day. Head pulled clean off by a ghost. And I saw it myself. Fragen, was du über die leeren Erwachten weißt. Da raus sind darf ich wieder looten. Sehr gut. Die Katze ist so lieb. Warum uns die immer nachläuft, ich weiß es nicht. Wir dürfen wieder Nixi looten. Schade. Ich hätte mir gedacht, dass wir eigentlich schon überall waren. Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Okay. Okay, jetzt passt es auf. Wir schauen mal in die Kampfarena. Achso, warte mal. Da geht es ja noch hoch. Butter. Die heißt einfach mal Butter. Sie fragen, ob ihr gefällt, was sie sieht. Haha, das ist nicht mehr. Schicke. Was ist dein Name? Sagen, dass sie dich jederzeit rufen kann. Ihr deinen Namen sagen und sie fragen, wie sie heißt. In kalten Schweiß ausbrechen, als du bemerkst, dass dein Spruch tatsächlich gewirkt hat. Und etwas Unverständliches stammeln. Ihr nehmt das Erste. Okay, Slick. Ich habe dich nicht hier vorhin gesehen. Wann kamst du in? Sagen, dass du lange genug hier bist, um zu wissen, dass sie die schönste Frau im ganzen Lager ist. Okay. Was mache ich da? Sagen, dass du vor nicht allzu langer Zeit am Strand angespült wurdest. Du musst noch lernen, dich zurechtzufinden. Na, Mann, ich baggert dir jetzt volle Weh schon. Okay, okay. Easy, jetzt. Du siehst süß, aber ich bin mehr über dich über dich, als ein paar scheiße Lachen. Überrascht schauen und dir sagen, dass du eben so redest. Lachen und dich entschuldigen. Du wirst dich etwas zurücknehmen, ja. Ha! Danke! Fragen, ob sie schon lange hier ist. Lange genug, ich denke. Ich bin überrascht, dass sie noch nicht für mich gekommen sind. Die meisten Leute werden für die Kürze nach nur eine Woche oder zwei. Fragen, ob sie jemals über Flucht nachgedacht hat. Sie sagen, dass du nicht vorhast, zu erlauben, dass die Magister dich irgendwo hinbringen. Ich nehme das Erste. Wieso, dass die Weh haben, nicht ich? Wieder zurück. Oder zu jemandem, komplett neu. Sonn, Wein, Freiheit. Frieden! Aber das sind nur Frieden. Niemand kann von hier wegkommen. Sie sagen, dass du es Todianst meinst. Und wenn du einen Ausweg findest, sollte sie mit dir kommen. Sie lacht. Der Sound fühlt sich wie das Ringen von einer Bellen. Nun, würde das nicht so etwas sein? Schau, ich habe eine Idee. Ich weiß, dass wir uns nicht sehr gut kennenlernen, aber der Zeit ist so kurz. Und eine Verbindung ist so rare. Wenn wir hier rauskommen, möchtest du mich wieder in Arx treffen? Fragen, warum du warten musst, bis du von hier weg kannst. Wie sie schon sagte, die Zeit ist knapp und wer weiß, ob du je entkommen wirst. Sagen, dass dich rein gar nichts davon abhalten kann. Sagen, dass du das liebend gerne würdest, aber andere Verpflichtungen hast. Sagen, dass sie zwar ein hübsches Mädchen ist, du dich aber nicht so für sie interessierst. Deine Überraschung zeigen, dass sie sich für eine Echse interessiert. Oder ich geh aufs Ganze und nimm das Erste. Oh, 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 okay. Ich kann nicht anfangen, außerhalb der Familie zu fliegen. Es ist einfach... es ist nicht getan. Aber wenn wir hier rauskommen, wird nichts davon interessiert. Du möchtest mich, nicht wahr? Nimm das Erste. Komisches Weib, Mann, hö. Achso, ne, 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 bleib da hier oben. Du, 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 du. Schrein des Göttlichen. Ah, der Schalter, der Geheimschalter. Den von welkmal erwähnten abgenutzten Schalter drücken, den Kopf senken und ein stilles Gebet an Lucien darbringen. Über das Vorhandensein des Schreins an diesem hoffnungslosen Ort spotten. Ich benutze den Schalter. Wo ist da jetzt eine Luke? Ich weiß nicht. Bildnis von Lucien. Hm. Okay, da geht's wieder runter. Ich rede mal da. Wo siehst du da eine Tür? Ich sehe die Tür. Hey! Hey, I know you. Ja, ich bin ja. Hallo, Sir. The dark eyed jokes to you met aboard the ship. Waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Josephine Gribbles de Pube. And you were... You. Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the moor to set the tone for the week, eh? How did you escape? Sagen, dass du dir nicht sicher bist. Du bist ins Wasser gefallen und warst fast verloren. Versucht hast, zum Boot zu laufen, es aber nicht geschafft hast. Und das Erste. Me too. Did you... hear something? When you were in the water, I mean. Nicken. Wir sagen, dass du eine seltsame Stimme gehört hast. Anscheinend wollte sie, dass du überlebst. I heard the same thing. Do you know what this means? It means I'm not the only. Loses voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus and her whole body goes rigid. She is stock still, waxy skinned, her eyes dark. Grayish black veins run from her eyes down her cheeks. Her leise zurufen. Wie kann man leise zurufen? Und sie fragen, ob es ihr gut geht. Dich langsam nähern und in ihre Schulter rütteln. Oh Gott, das ist voll schräg. Die Stirn runzeln und fragen, warum sie sich so seltsam verhält. Wir sagen, dass du über das Schiffröck gesprochen hast. Oh, es ist nichts wirklich. Es ist nur... Ich bin nur ein bisschen... ...hier... ...hier... ...hospitabel. Sagen, dass sie das nie ausführen soll. Keck, die Augenbrauen hochziehen und fragen, ob sie damit sagen möchte, dass du es... ...dass... ...dass du es dir hier gemütlich machen sollst. Nein. Nein, eben das Erste? Sie fragen, wen oder was sie gerade noch in sich hat. Oh Gott, was? Fragen, wie viele Wesen sich gerade in ihr befinden. Es fühlt sich als nur eine, schrischend genug. Eine große, aber... ...ich weiß nicht, dass es den Namen noch gar nicht. Es dauert Zeit, um sie zu entschuldigen und sich selbst zu entschuldigen. Also, wie liebst du die Freude? Sagen, dass dich die Magister hergebracht haben, weil du eine Gefahr für dich selbst und die Gesellschaft wärst. Sagen, dass du gehörtest, dass die Unterkünfte wären außergewöhnlich und es mit eigenen Augen sehen musstest, wesentlich angenehmer wäre, wenn du mit jemandem die Umgebung erkunden könntest. Und das Erste? Ja, das Erste hier. Ich denke, in meinem Fall, dass sie eigentlich richtig sind. Also... ...wann willst du dieses Ort zusammen schauen? Ja, klingt gut. Ein Verzauberer. Bis dann. Schwierige... Hoppala. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ah, das ist jetzt wieder da der Eingang, ne? Okay, jetzt kenne ich mich wieder aus. Ah, da ist die Fall-Tür. Und ich mag jetzt einmal zur Kampfarena schauen, das ist jetzt hier super toll an. Arena, was, da irgendwas. Wir haben die Kampfarena der Freudenfeste gefunden. Oh, Loot. Klang, 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 klang. Da gibt's auch noch Loot. Immer schön brav, falls sie eins haben, meine Leute. Zehn Gold, da, Schatz, hat sich schon wieder ausgezahlt. Okay. Dann tue ich da jetzt nochmal geschwind Zwischenspeichern. Tola, die Dornige. Ivo, der Gigantische. Sepp, der Glänzende. Okay, die haben alle Lust auf einen Kampf, oder was? Die schaut geil aus. Äh, Fragen, was du hier beweisen sollst. Sie darum bitten, zu erklären, was der eine ist. Du willst kämpfen, los. Ich bin mit meinen Gefährten. Gegen wen kämpfe ich denn? Okay, ich muss mich mal kurz gescheit hinsetzen, da. Ah, der hat schon mal hinter den Wäsch. Truhe. Loot. Loot, Loot, Loot. Okay, aber zuerst einmal. Der Eifrige. Und der Rex. Okay, nice. Wer ist dran? Wir sind dran. Ganz ehrlich, ich kalt mir meine Punkte mal auf. Der Fane ist dran. Wir verteilen uns einmal. Shit, ich konnte doch durchschießen. Ja, aber doch, das war eine Mauer. Okay, der rote Prinz. Was? Das gehört sich grad nicht aus. Nein, dann heben wir die Punkte auf. Zu weit entfernt, zu weit entfernt. Wie weit geht denn das? Oh Mann, ich muss ja direkt davor stehen. Okay. Chameleon-Umhang. Hm. Hm. Okay. Irgendwie habe ich viel Schiss vor dem Kampf, ich weiß es auch nicht, hä. Niederhalten, hmhm. Ach Mist, ich wollte da in das Gift eingeschissen. Warte, jetzt mal zwei Punkte. Ich gehe jetzt mal hier aus dem Öl raus, das ist sowieso eine Chance, wenn ich da drin stehe. Und dann schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Gerade nicht? Okay, warte, dann kann ich ja noch vorgehen. Da muss ich eigentlich rausgehen, hä. Oh. Mist. Hä, warum hat das immer noch so eine Mini-Reichweite? Giftpfeil. 15 Meter Reichweite. Verstehe ich nicht. Aus der Sicht, also warte mal, ich bin irgendwie geblendet oder was? Geblendet. Oh Gott, ja gut, dann kalt ich mal meine Punkte. Kein Problem. Mann, jetzt ist das eine blöde Giftfläche. Ich glaube, es ist doch ein Problem. Geh seh... Das war ja nett. Aha, das ist ja so quasi eine Heilerin da oben. Scheiße. Ja gut, wenigstens huschen die alle, huschen die alle ins Feier. Ist der Rex tot? Ja. Okay, der ist nächste Runde tot. Okay, jetzt auf den Hund. Nice. Okay, ich muss jetzt dann kurz mal ein bisschen heilen. Das wäre glaube ich nicht schlecht. Ähm, hm. Der Hund ist glaube ich auch tot. Dann vom Feier. Ja. Ich tue mich verstärken. Oder wer hat weniger Leben der Ifan? Er war ja mitten im Feierstedt, Mann. Okay. Yeah, sie steigt runter. Oder er. Na, ist er sie. Eilsa. Für den schweren Angriff durch. Ach. Eigentlich wäre es ja gescheiter auf die zu gehen, gell? Na komm. So. So gut, Mann. So, wer ist dran? Der Ifan. Muss jetzt echt einmal da raus, ne? Der Ifan. Muss jetzt echt einmal da raus, ne? Kann er jetzt nur mit dem Abschissen? Ja. Nice. Wehe, du heilst die jetzt, du blöde. Mann, ist das blöd. Ich tue anstürmen wieder. Ist sie tot? Oh. Yes. Ja, ich geh jetzt einmal da hoch, dass er vom Feier weg ist. Kann ich das runterschirzen oder so? Jetzt geht sie nicht raus, ne? Na komm, bleib. Oh! Blöd, Mann. Geil. Da wische ich ehren von da oben? Glaub schon. Ich muss aus dem Feier raus. Ich muss aus dem Feier raus. Also das ist ein Sech. Ich muss aus dem Feier rausnehmen. Ich muss sich aus dem Feier rausnehmen. Ich muss aus dem Feier rausnehmen. Aber das ist alles! Was jetzt? Ich habe jetzt gewonnen. Okay, zuerst lesen, dann nehmen. Springender Schild. Na Gott, das braucht man nicht. Okay, Helm. Plus ein Skauner. Plus ein Schleichen. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Gewertfertigkeit Teleportation. Na, so, die Hobby. Eben die Handschuhe. Und was jetzt? Ich tue mir jetzt mal speichern. Oh. Oh. Sagen, dass deine Geheimnisse nötig was angehen? Äh. Appala. Ach so, sie ist doch abgeschlossen. Okay. Ich habe mir gedacht, die muss jetzt da noch mehr Kämpfe machen. Aber das Einzige, was mich zu wenig stört, ist, dass da unten ja so fette Truhe war. Und ich habe jetzt irgendwie Angst gehabt, dass ich dann nicht mehr runterkomme. Mann, da war voll die fette Kiste, ich habe es nicht gelootet. Ach, gebt's doch eine Ruhe. Ich rede jetzt mit der einen da oben, die uns die Kampferina da empfohlen hat quasi. Mal schauen, was sie jetzt sagt. Wer war denn das? Was sie das? Was sie das? Ich verstehe. Untertitelung des ZDF, 2020